Eine Gaum, die Katze fällt mir ein, man nennt sie Jenny Fleckenfeld. Sie träumt oft in den Tag hinein und wirst gern hinterm Bett gestellt. Sonst setzt sie auf der Fensterbank und schaut dort stundenlang hinaus. Sie sitzt und sitzt und sitzt und sitzt. Denn das macht eine Gombie aus, denn das macht eine Gombie aus.